Es ist eine legendäre Serie und ich fühle mich geehrt dabei zu sein. Ich bin seit 15 Jahren in der DTM und auch sehr stolz da zu sein. Das 500-DTM-Rennen zu erleben ist natürlich ein Highlight. Ja, beim 500. Rennen für uns dabei zu sein ist eine große Ehre. Die DTM hat eine großartige Geschichte. Ich bin ja auch schon einige Rennen gefahren von den 500. Ich glaube, die DTM ist eine wahnsinnig tolle Serie. Ja, tolle Zeit in DTM gehabt. Schon sechs Jahre in DTM und ich freue mich auf die nächsten 500 vielleicht. Also herzlichen Glückwunsch an DTM und ITR zum 500. Rennen. Wir sind froh dabei zu sein. Nicht viele Serien schaffen die 500 und das so erfolgreich. Es ist schön dabei zu sein. Das ist die Meisterschaft schlechthin, was Turnwagen betrifft. Und als Fahrer und als Fan ist es absolut großartig Teil davon zu sein. Die DTM spielt einen großen Teil meines Lebens über viele, viele Jahre, seit den 80er Jahren schon. Und dann beim 500. Rennen selber dabei zu sein ist natürlich fantastisch. Die DTM hat immer eine große Historie gehabt und jetzt Teil der DTM zu sein ist für mich was ganz Besonderes. 500. Das DTM-Rennen bedeutet für mich, ich hoffe, dass das Glück beim 500. Rennen zurückkommt. Das war dieses Jahr schwer auf der Strecke geblieben. Das war das DTM-Rennen. Das war die DTM-Rennen. Und jetzt geht es auch ganz Besonderes. Das war das DTM-Rennen.